Ich darf euch willkommen heißen zu einer Folge. Schauen wir live. Und ja, ihr denkt euch, wow, was sind das denn für Mons? Eigentlich ist es nur Slowroll besonders. Wir spielen Gen 7 Yu-Yu-Yu. Ich habe gestern Gen 7 Yu-Yu-Yu gespielt und hatte dabei so, so viel Spaß wieder. Ich habe gedacht, komm, wir nehmen eine Folge Gen 7 Yu-Yu-Yu auf. Mit einem Dreisk... Ich weiß nicht mehr, woher ich das Team habe. Das ist ein super altes Team. Das war eigentlich das einzige Yu-Yu-Yu-Team, was ich noch habe. Mit Dreiskin, Toxicroak mit Poesium Z, Scarf Dragon, Jappaberry Rotom Heat mit den guten Bären noch, Spidev oder eher so ein Mixed-Dev, glaube ich, Sabian war es, Fistive Steelix und Block Slowbro. Ich fand das so cool, dieses Set. Und habe gedacht, komm, wir nehmen eine Live-Death aus. Irgendwie ist es Toxicroak. Das war nicht so geil. Aber ich will es trotzdem spielen. Und hier, Hydreigon sieht halt super geil aus. Hydreigon drückt einfach Dark Pulse in dem Match for free. Aber ich würde sagen, wir leiten mit... Wir liegen mit Rotom. Okay, der Nido-King-Lead. Können wir nicht potenziell einfach overheaten. Er wird Toxic in der Runde. Ich glaube nicht, dass er hier drinnen bleibt. Das wäre super weird, weil er kann uns nichts. Natürlich misst er. Er kann uns halt slutsch, aber ich habe nicht gedacht, dass er hier gerne Overheat fressen will. Dann... Soll ich einfach... Ne, ich will meinen Rotom noch behalten. Äh... Das war vielleicht ein schlechter Spielzug. Wir gehen Hydreigon raus. Okay, jetzt kommt das Rotom Heat. Wir Dark Pulse einfach in Runde. Ja, er drückt Wall Switch. Er hätte halt uns höchstens Toxiken können, aber das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Wir kriegen unser... Äh... Unser Rotom Heat auch nochmal wieder hoch durch Wish of Syrvian. Und wir haben auch noch die hierbei, also Toxiken. Kann der uns jetzt nicht unbedingt. Oder er kann uns toxiken, aber wir kriegen es halt direkt wieder weg. Und ja. Aber dadurch, dass ich gestern so viel gespielt... Äh, nicht viel gespielt habe, aber ein paar Matches. Das war einfach so... Ah, das war so viel cooler. Und es hat auch so viel Spaß gemacht. Du weißt einfach... Es ist nicht so einseitig. Und du siehst halt immer irgendwie andere Monster. Klar, siehst halt ein paar Monster öfters wie... Xerox oder Hydreigon oder Rotom. Aber... Es ist halt trotzdem... Ein bisschen mehr abwechslungsreicher. Ja, okay. Hier wird wahrscheinlich eine U-Turn kommen. Wir können hier eigentlich in... Können hier in Steelix gehen, falls er irgendwie kam. Ich habe halt keine Ahnung von Gen 6. Siem Yu Yu. Ich weiß nicht, ob ihr SD Xerox Play war. Anscheinend nicht. Wir hätten auch Protecten können. Nidoking. Wird halt wahrscheinlich eine Earth Power kommen. Wir gehen aber wieder in Hydreigon raus. Vielleicht kommt ja auch ein Ice Beam. Ja, hat er gut gemacht. Dieses Nidoking ist eigentlich voll der Threat für unser Team. Wir gehen in Toxicroak und Ice Punch in eine Runde. Er kann halt schnell sein und es Earth Power... Aber wir Ice Punchen ihn jetzt einfach. Earth Power. Okay. Wir müssen halt Chip auf dieses Dominido King bringen. Wahrscheinlich ist das Team super schlecht, was ich hier benutze. Ich hatte aber Spaß damit. Und das ist das Wichtigste. Zelle wie ihn. 8%. Aber was können wir für ihn noch machen? Wir gehen in den Rotom raus, weil wenn er U-Turn... Er kriegt noch zwar nicht direkt die Bären Range, aber ja. Wenn er uns attackt... Trick. Natürlich klaut er uns jetzt noch die Bäre. Was wechselt der in Overheat rein? Höchstens selber Rotom. Deswegen Volt switchen wir hier. Aber wir können das auch irgendwie defensiv machen. Also das sollte noch machbar sein. Rotom Heat. Ja, wir kriegen Volt Switch raus. Ich glaube halt nicht, dass er T-Boat spielt. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt. Ne, ist die Plot, aber... Damals gab es ja noch keine ist die Plot. Wir Toxen hier eine Runde. Painsplit. Toxic. Rotom ist schon mal getoxet. Jetzt würde ich auf den Volt Switch rausgehen in Steelix. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ein Overheat kommt. Und auf die Overheat würde ich, glaube ich, gerne in Sylveon gehen. Dass wir ein bisschen Toxic Chip auf dem Ding kriegen. Ich weiß nicht mal, warum ich Q-Champ plus Moonblast spiele. Auf Save gab es irgendein Soundproof Mon, was nervig war. Egal, wir wischen hier. Und wir kriegen hier probably Rotom wieder rein. Aber ich würde gerne die HP auf Rotom haben. Wenn er hier irgendwas anderes drückt, ist er probably Bandit. Maybe es kommt in Superpower oder so. Nee, U-Turn. Ja, ich glaube trotzdem, dass der Band ist. So viel Damage wie das macht. Dadurch, dass Rotom so viel Chip gefressen hat, ist halt auch super nervig. Ja, wir hätten direkt First-Round attacken sollen auf das Nido King. Das wäre dann super gut gewesen. Aber naja, macht man nichts. Ich weiß, dass hier auch viel Latias und so rumgelaufen ist. Vielleicht finde ich nach dem Match noch ein Team mit Nape. Weil ich habe irgendwie gerade auch Lust, wieder Nape zu spielen. Weil Panferno ist halt so ein cooles Mann. Ich liebe es einfach so sehr. Ich würde dann einfach gerne Overheaten irgendwie. Ah ne, wir Volt-Switchen. Hier kommt... Kommt hier ein Volt-Switch? Egal, wir gehen einfach in Silvia. Overheat. Wir Wischen hier eine Runde. Wisch. Okay, Volt-Switch. Mal gucken, was reinkommt. Der Overheat sieht halt auch super gut aus. So langsam. Potentiell kommt halt noch immer das Ditto rein. Weil es uns kopieren kann. Und auf dem Xerox-Up-Protecten wir jetzt einfach eine Runde. Und gucken, in was er sich lockt. Wenn er sich in... BP... Ich glaube, ich würde gerne hier meine Rocks rauskriegen mit Xerox. Vielleicht prediktet der... Mit Xerox. Mit Stalos. Okay, der ist schon mal nicht gelockt. Also er ist kein Band. Needle King. Wir gehen hier raus in Rotum. Und gucken mal, was wir für eine Pressure machen können. Ich hätte halt super Lust, irgendwie Team mit Choice bei Nae. Safe gibt es irgend sowas im Internet. Also falls gleich ein Team mit Choice bei Nae ist, das ist probably nicht von mir. Aber das ist mir dann auch relativ egal, wenn ich kein Team habe von mir selber. Und ja, eigentlich wollte ich gerade Gen 6 aufnehmen. Weil ich das bei Mindcube gesehen habe und das super witzig aussah. Aber... Ja, leider spielt keiner Gen 6 Yu Yu. Aber Gen 7 Yu Yu spielen noch einige. Ach, der kann ja noch immer einen Simove haben. Ach, wo ist der Simove drauf? Simove Rotom? Da kommt das gegnerische Rotom. Ich kann mir vorstellen, dass der Volt switcht. Ich glaube, wir overheaten einfach nochmal eine Runde. Vielleicht Pain splittet der auch. Da kriegen wir ein bisschen Chip drauf. Ich kann mir das vorstellen, dass der Volt switcht. Okay, Pain splitt. Und wir prädigten mal den Volt switch. Jo. Dann gehen wir jetzt nochmal einen Rotom raus. Ich will das Ding runtergechippt haben, ohne dass es wirklich Pain splitt recovery kriegt. Okay, der Volt switch nochmal. War gut gemacht. Aber wir haben jetzt Rotom drin, was das schnellste Mon ist. Auf dem Feld. Und dadurch kriegen wir jetzt auf jeden Fall einen Volt switch. Beziehungsweise Overheat raus. Und ja. Ditto. Der könnte potenziell toxiken. Wir wollen switchen hier eine Runde. Wenn er schneller als wir sind. Ah, der Toxic Mist. Aber den hätte ich wahrscheinlich direkt recovered mit Silvium. Aber dadurch sehen wir jetzt mal. Save Scarf. Und legen jetzt Rocks raus. Weil ich will die Rocks gegen das Rotom. Ich will die Rocks gegen Aero. Wir brauchen halt Steelix noch. Wegen dem Aero. Und hier auch. Da kommt Rotom. Ich kann mir jetzt super... Ne, wir gehen immer wieder in Rotom rein. Ich will nicht, dass der irgendwie Pain splitt recovery kriegt. Overheat. Er frisst jetzt ein bisschen Chip. Und wir Volt switchen jetzt hier eine Runde. Volt switch. Maybe kommt selber an der Volt switch. Wenn ein Overheat kommt, nimmt Steelix davon. Nicht so viel. Und wir gehen... Wir gehen in Rotom. Okay, die Overheat lehnen wir nochmal. Und wir können hier auf Volt switchen. Rotom ist tot. Super, super. Gut. Dafür, dass es Early so schlecht für mich spielt, ist es jetzt gerade besser. Wir haben jetzt leider nicht mehr so den besten Chirurg switchen. Aber wir gehen in Steelix. Steelix sieht hier an der Stille super fein aus. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt in... Ich hätte mir auch denken können, er geht maybe in... Ditto. Einfach um uns zu kopieren und Rocks zu legen. Haben wir schon Earth-Power-Energen. Wir gehen einfach... Wir gehen einfach Sylvia an. Ah, okay. Er legt selber Rocks. Das heißt, unser Rotom ist tot. Aber wir Moonblast jetzt hier eine Runde. Okay. Giga-Drained. Special Death Drop. Wir wishing jetzt hier einmal eine Runde. Vielleicht geht er raus in Slowbro. Äh, nicht. Vielleicht switcht er raus. Sonst kann ich mir vorstellen, dass wir ihn mit Slowbro maybe trippen können. Ja. Okay, jetzt haben wir einmal eine Wish rausgekriegt. Und wir gehen hier an der Stelle in Steelix. Und nach Defensive Core steht halt noch was... Ein bisschen nervig sein kann. Für ihn. Ich finde, er ist super fein. Er hat halt gerne noch einen Toxic auf irgendwas. Ja, jetzt haben wir... Hier noch das raus. Ich glaube halt, er U-turned hier. Deswegen... E-Q wird Gyron. Weil das trifft halt alles am besten. Ditto. Okay. Wir... E-Q'en hier einmal. Okay, er E-Q't selber. Ditto ist fast down. Wir gehen raus in Slowbro. Weil Slowbro nimmt halt trotzdem nicht so viel von ihm. Und wir klicken hier einmal als Gold. Celebi. Er kommt halt irgendwann runter auf die Berry. Wir gehen raus in Sylvie. Ne, wir gehen... Wir gehen raus im Rotum. Falls er Momentum kriegen will, kriegt er es nicht. Durch Jute. Ja. Und jetzt können wir wieder in Silvian gehen und kriegen nochmal ein Wish raus. Und können damit unser Steelix also hochheilen. Die Frage ist, Scarf Steelix ist doch nicht... Ja, Scarf Steelix ist niemals schneller als... Als Silvian. Deswegen könnten wir potenziell auch... Ditto einfach so töten. Okay. Juta. Macht halt nichts. Recoveren wir halt wieder mit Lefties. Aero. Wie viel macht ihr der... Ich glaube, der E-Q sollte halt nicht reichen. Wir gehen einfach... Wir gehen einfach instant hard raus. Ins Steelix. Ich glaube halt nicht, dass der E-Q mich tötet. Ja. Und wir kriegen eine Wish raus. Sind wir super healthy. Können wir einmal gyro. Und der Gegner surrendert. Ich suche mal kurz ein Panferno-Team. So. Und so, ich bin zurück. Ich habe leider keinen Bandnape gefunden. Self hätte ich eins gefunden. Hätte ich länger gesucht. Aber... Oder gebaut. Aber hätte ich gebaut und jetzt ewig gedauert, bis ich... Scheiß, baue. Und deswegen habe ich jetzt hier einen so Scarfnape mit Spike-Setting. Das sieht jetzt eigentlich super cool aus. Und ja. Damit werden wir noch ein, zwei Battles machen. Aura. Okay, ich darf nicht vergessen. Aura hat hier in der Neck-Gen noch kein Play-Ref. Mit was leaden wir an hier an der Stelle? Ich glaube, Aero, damit er mit Araqua keine Spikes rauskriegt. Ich glaube, ich würde gerne Rocks setten. Eishat, leben wir. Macht nicht so viel. Und joa. Wir gehen einfach raus in Rioni. Rioni. Nimmt das ganz gut. Absolute Null-Runde. Wenn du vergisst, was Don fahren kann. Wir können aber vor Freeze-Sai schocken. Hm. Juicy Crit. Wir re-recovern hier einmal. Wir re-recovern hier weiter. Der soll das meinetwegen machen, wenn er möchte. Hat er wirklich zwei Spinner am Team? Wenn wir Spike-Stacking spielen. Naja, was will man dagegen tun? Wir gehen hier einmal raus in Tentacruel. Der macht uns halt nichts. Liquidation. Also nichts ist halt auch übertrieben, aber wir leben das ganz gut. Und wir nocken ihn hier an der Stelle. Roserate nocken wir auch. Crit. Der ist ein Z-Move. Wir gehen raus in Klavier. Er legt selber Spikes. Wir legen auch unsere Spikes. Es gibt ja HPs. Wir gehen raus auf die HP-Fire in Aero. Okay, er spiked weiter. Wir klicken hier am Ice-Fang, weil der Stunfire noch am besten catcht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt Ice schadet. Sind Tentacruel schneller potenziell als der Stunfire, wenn er Ice schadet. Den Nock verstehe ich Tobias nicht, weil wir hätten den einfach rausgeholt. Aber naja, wir spinnen hier an der Stelle. Kriegen das Ding raus. Ich hätte gedacht, er will halt noch ein bisschen Chip auf unser Aero kriegen. Aber ja, wir spinnen, haben die Spikes weg. Und wir haben noch ein Layer Spikes bei ihm auf der Seite. Aura. In Aura schicken wir Rioni rein, tippe ich mal. Nock. Lefties. Wir recovern hier eine Runde. Wir leben mit Plasma Fist. Er kriegt Lifehawk-Chip. Und wir recovern hier weiter. So, Arakwa. Ich kann mir nicht forschen, als ob der hier... Aber ich will den auch nicht snacken. Wir gehen in Tentacruel, falls er wirklich Webs legen sollte. Liquidation. Ist fein. Wir können rausgehen in Aero. Und können hier einmal etchen. Weil Koba nimmt halt... Koba nimmt zwar nicht so viel dadurch, aber Roserade nimmt Tons of Damage. Roserade... Äh, das... Aero können wir nochmal ganz gut hitten mit potenziell Firefang. Äh, das ist Koba, meine ich. Wir gehen hier raus und hydraken. Ich glaube halt nicht, dass... Insane der Ice Beam kommt, aber... Okay, kommt er. Das war halt auch... Probably sein bester Play. Äh, egal wie Darkpulse sind hier einfach. Ich will chipen auf dem Ding, dass wir im Endgame maybe mit Aero sweepen können. Weil Aero das schnellste Mon ist. Wir können ja auch ganz gut mit Nape noch Work machen. Wie... Killed Aero den hier an der Stelle? Egal. Wir gehen einfach raus in... Unser Reuni. Klicken einmal Sidekick. Ich will halt einfach nur... Ich hab gesagt, wir wollen einfach nur Chip auf dem Ding. Er kann jetzt Water attacken, ja. Deswegen gehen wir nicht raus in Nape. Killed Nape den an der Stelle. Killed Aero den hier an der Stelle. So, hier by the way das Team, wo wir es hier haben. Cleaner mal die Sets. Ich will nur wissen, wie viel wir so ein Standard-Bega-Blast-Toys machen mit Aero. Blast-Toys. Offensive Wallbreaker. Hab auch mit ein bisschen Chip auf dem. Wie viel machen wir auf Cobra? Cobalion. Machen wir jetzt kaum was. Sonst würde ich halt einen Layer Spikes hier auslegen. Aber ich glaub, wir gehen hier einmal in Nape rein und U-Turn. Damit wir den nötigen Chip auf dem haben. Und gehen dann in Clave-Clean und hacken das Ding. Ja. Und jetzt... Müssen wir eigentlich in Aero gehen. Wir gehen in Nape. Wenn wir Nape CC'n... Dann kommt das Ding rein und drückt den Water-Attack. Wir müssen Cobra gehen. Und wir klicken. Wie viel machen wir auf das Ding mit einem Fire-Attack? Infinite macht auf... Aroquanid. Niemals genug. Egal, wir edgen jetzt hier. Die Edge trifft. Er muss eigentlich in Cobra gehen. Aroquan? Der stirbt doch einfach. Okay. Ich verstehe jetzt nicht, warum er nicht in Cobra geht. Also Cobra chippen wir halt jetzt safe hier an mit einem Fire-Fank. Ja, Scarf Cobra, okay. Ja, Iron-Headed hier. Ich glaub, wir Flare-Blitz... Mit Flare-Blitz kriegen wir weniger Drawback als mit einem CC. Und der killt halt trotzdem. Und falls er uns irgendwie hittet und wir in Blaze-Range kommen, whatever. Egal. Alter, der Dreck hat Scarf-Napes-Match für uns gewonnen. Ich hab sein Play nicht verstanden, warum er mich direkt in Arakwa gegangen ist. Aber ja. Erster Match für den Team gewonnen. War nicht perfekt gespielt. Aber egal. Gab's ein, zwei Matches. Machen wir noch. So. Wir haben den nächsten Kampf. Und ein Aura. Und wieder ein Arakwa. Und ja, ich glaub, gehen das Team-Linienwerfer wieder mit Airo. Aura. Wie viel kriegt er von der Edge? Ich kalke eigentlich nicht so oft, aber... Ich will jetzt mal kalten. So, Aura ist zwar... Ja. Er lebt halt ein und er böllert so Plasma-Fist weg. Deswegen switchen wir lieber raus in Rioni. Okay. Wir recovern, weil wir sonst kein Switcher mehr in das Ding sind. Jetzt kommen wir nochmal rein. Wir Psy-Shocken. Okay. Und jetzt tötet auch... Äh, zwei... Töten wir den mit zwei Attacks. Wollen wir den ZF-Plus für irgendwas anderes? Ne. Arakwa. Okay, schade. Und hätten wir das Ding direkt weggeböllert. Wir gehen direkt raus in Tentacruel. Webs sind zwar ein bisschen nervig für uns potenziell, aber jetzt auch nicht das Schlimmste von allem. Infestation. Ich glaub, der trappt uns. Äh. Egal, wenn wir den Nocken nehmen. Sticky Web. Die Web spinnen wir weg. Ich wundere jetzt, warum der... Jetzt haben wir auch unsere Infestation weggespinnt. Das wusste ich gar nicht, dass es so geht. Hm. Wir gehen raus in Infinite, weil ich nicht nochmal sehe, dass er... Wir gehen in Aero. Ich sehe nicht, dass er nochmal Liquidation klickt. Leech Life. Das ist super. Das ist super fein. Und jetzt rocken wir hier. Wir wollen die Rocks draußen haben. Das ist Arakwa. Nicht mehr so oft reinkommt. Als ob der jetzt hier drinnen bleibt und einfach Liquidation klickt. Wieso? Hör auf. Sackt das Ding doch nicht. Direkt ist das Ding wieder ein Thread. Wir gehen raus in... ...unser Schlüsselanhänger. ...spiked eine Runde. Er webbt. Wir... ...V-Plane. Machen ein bisschen Chip an dem. Wir legen jetzt unsere vollen Spikes hier gegen ihn aus. So, ist mir das egal. Wir holen uns noch einen Spike Layer. Und jetzt... Und jetzt... ...V-Plane wir den nochmal. Oder macht Player of... Ja, V-Plane. So. Ist ein bisschen lower gechippt. Wir gehen jetzt dagegen in Tentacruel und spinn wieder. Wir haben Clear Body. Durch nerven uns die Webs nicht. Wir spinn. Leech Life macht uns halt nichts. Und wir scrollen jetzt hier. Wir probieren irgendwie das Endgame mit Nape zu gewinnen. Scored. Liquidation. Ist fine. Wir knocken den nochmal. Ich glaube, Knock macht... ...ein bisschen mehr, ja. Wie viel macht... ...Äh... ...Hydragon gegen... Wir können halt nicht auf Hydragon Hard rausgehen. Das wäre viel zu risky. Liquidation. Wir klicken hier nochmal. Knock Off. Liquidation. Er tötet uns. Jetzt gehen wir in Hydragon raus. Und klicken jetzt hier einmal Dark Pulse. So. Das Mimikyu ist zwar jetzt super nervig. Aber... Und wir dürfen ihn auch nicht mehr dazu bringen, dass er irgendwie seine Hazard Removals... Aura. Er könnte halt Potential CC'n. Äh... Wir gehen raus den Reunicles. Müssen irgendwie diesen Disguise von dem Mimikyu brechen. Taunt. Ist... Okay. Wir Psy-Shocken jetzt hier eine Runde. Das heißt, Aura ist tot. Und ja. Das Ding attacken wir. Wir wollen halt den Disguise brechen. Wir brechen damit den Disguise. Wir sind mit... Zum Glück Hydragon schneller. Und töten das Ding. Ich kann mir vorstellen, dass er hier... Also er wird hier niemand ver... Geht der hier für ein... Wie wichtig ist Reuni noch? Reuni wäre halt nochmal ganz geil. Wir gehen jetzt hier raus in Hydragon. Er geht hier doch niemals. Okay. Shadow Claw. Gut. Das andere hat mich auch stark gewundert. Stark Pulse sind wir hier. Der lebt es leider. Ist ein bisschen doof. Aber lässt sich nicht dran ändern. Wir gehen hier raus. Und wir klicken... Wie gehen wir U-Turn? Was macht hier mehr? Flair. Ah, wir müssen U-Turn. So, der jetzt Ding ist down. Wir gehen raus in Reuni-Class. Wir wollen irgendwie das Late Game mit Naeb dann noch gewinnen. Aero. Wie viel macht Naeb auf Aero? Wenn Naeb einen Hit lebt von Aero. Und ihn in der Back tötet. Oh nein, Aero ist das. Infinite gegen Aero Dr. Mega. Ja, der stirbt halt nicht. One-Hit. Wir müssen jetzt high-shocken. Pursuit. Okay, Aero. Dann ist ja eh Pursuit trappen. Ich glaube... Ja, der kann jetzt nochmal Pursuit tun. Hier hätte ich wahrscheinlich... Ja, dann hätte ich halt erst recovern sollen. Das war Misplay. Dadurch werden wir das Match verlieren. Weil wir kommen nicht mehr über Melotik und Nidoking drüber. Nidoking tötet uns halt hier an der Stelle. Ah, es war nicht so gut gespielt. Hätten wir dieses Arakwa früher getötet. Egal. Wir suchen jetzt hier nochmal ein Match. Und ja. Hoffen wir, dass es diesmal nicht so lange dauert, wenn wir nicht direkt in den gleichen Film. Wenn ja, werden wir ihn diesmal zerstören. Hoffen wir zumindest. Aber naja, wir warten jetzt erstmal und gucken. Wir gucken. Und ich schneide hier wieder. So. Jetzt haben wir einen neuen Gegner. Und ich seh in Christelion, hab keinen Bock. Aber das werden wir schon gebietet kriegen. Ja. Ich werde wieder mit Nape gewinnen. Und er hat auch keine so gute File Resist außer Nape. Also wenn wir Nape wegkriegen, ist Nape gut. Klingt das logisch? Das klingt logisch. Ja. Aero als Lied sieht halt auch wieder super fein aus. Ich glaube ich lied einfach mit Aero. Pidget. Ich will wieder Rocks singen. Ich glaube nicht, dass er hier drinnen bleibt. Ihr könnt nicht alle in meinem Aero drinbleiben, was euch potenziell etcht. Macht das nicht. Geh bitte raus. Okay, er taggt das hier. Das ist fein. Sollen wir mal Rocks draußen? Ah, noch die geilsten. Wenn wir Eis fangen jetzt hier. Xerox. Wer switchen? Nein, wir etchen. Wir etchen. Etchen ist hier der safest play. Er kann halt in Potential Crook gehen. Aber naja. So. Den etchen wir. Super für Chip. Da wird jetzt probably ein BP kommen. Ich will nicht in Nape. Ich habe Angst, dass irgendwie was genockt wird. Oh. BP. Was switcht er hier raus? Er hat keinen so perfekten. Wir nocken. Oder? Ja, wir nocken den. Okay. Er ist Z-Move. Wahrscheinlich. Ich glaube damals, dass er Z-Bug gespielt. Wir scrollen jetzt hier nochmal. Also diesmal scrollen wir, weil ich glaube nicht, dass er auf unseren Nock rausgehen will in irgendwas. Wenn er es jetzt einmal schon gesehen hat. Er hat geschrieben. Lul, that made me realize, I forgot to give Susan an item. Ich weiß natürlich, dass er auf keinen Z-Move hat. Oh Gott. Haben wir dir was beigebracht? Da kommt Grisselia rein. Wir gehen immer in Hydreigon. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der Hydreigon machen will. Er hat potenziell Moonblasten. Moonblastet hin. Ja, ne, ich hätte schon Angst, dass er auf einmal Moonblastet. Wir Darkpulsen hier. Ja, wir flinchten den doch safe, oder? Nein, der Moonblast. Kommt. Connected. Es bleibt unser Hydreigon gone. Gehen wir hier in Aero. Ich glaube, Aero macht hier am meisten Sinn. Und wir edgen das Grisselia. Wir können ja mit Tentacruel noch immer hazen zur Not. Wir können zur Not das Tode hazen. Oder so. Edge. Macht der nothing. Jo, da kommt der Z-Move. Z-Twinkle Tackle. Einleben wir. Und jetzt können wir nochmal edgen. Bitte connecte. Wenn die connectet, ist das Ding tot. What the fuck? Was war das für ein Z? Jo, ist der auf der Leather. 1060. Okay, ich bin halt relativ hoch mit 13.052. Ich glaube, das ist nicht so viel, aber halt so mit Leather gedöns. Crook. Wollen wir Crook anhitten. Perseutair uns. Ich hätte ja nicht so den besten Switchen bei Hydreigon, weil das unser Mon, eines Mon totes. Aber ich will den noch behalten, weil der jetzt super geil ist. Ich glaube, wir gehen hier einmal in Klavion. Wir gehen Klavion und legen noch ein Layer Spikes aus. Power Punch. Okay. Leben wir wohl ein EQ? Ich kalk jetzt mal. Klavion gegen Crocodile. Machoy Scarf. Er tötet uns halt. Das heißt, wir legen noch ein Layer Spikes aus. So. Er ist Moxie boostet. Wir gehen in Nape. Nape sollte den immer mit CC rausnehmen, oder? Ja, Nape nimmt den immer mit CC raus. Ich weiß nicht, was er gedacht hat. Selbst wenn wir nichts Garf sind, sind wir schneller als sein Crook. Pidgeot. Ne, wir machen auf Pidgeot. Für Nape gegen Pidgeotto. Äh, nicht genug. Das heißt, wir gehen raus in Aero. Tötet der Aero? Nein, tötet er nicht. Deswegen gehen wir in Aero raus. Und wir klicken jetzt einmal Edge und hoffen, dass wir connecten. Wenn ja, dann stirbt hier irgendwas. Das Pidgeot ist tot. Ich habe halt noch Angst vor Scarf Nape, aber in Nape wechseln wir wieder. Wechseln wir wieder. Jetzt wäre Nape schon mal draußen gewesen. Wechseln wir Tentacruel rein. Mach Punch. Äh, ich würde hier gerne einmal ein... Ja, wir scrollen hier einfach. Taugekiss. Den scrollen wir. Und gehen raus in Reuniclus. Also, es muss halt entweder... Okay, und er gibt auf. Na dann. Äh, ich glaube, das wäre es auch. Das ist ein bisschen noch mit... Wo Pausen drin sind und ich wollte am Anfang Jet6 UU aufnehmen. Vielleicht, vielleicht. Ich gucke mal. Läuft jetzt wieder auf der Jet6 UU leider rum? Wenn ja, dann... Dann wird noch eine Jet6 UU Kampfe drin gehangen. Oh. Spielen gerade welche? Komm, wir probieren es. Das ist halt ein Team von MindYou. Ich habe auch durch ihn wieder so ein bisschen zu einem alten Meter zurückgefunden. Und vielleicht... Ich, ich, ich mache ja Cut. Ich glaube, es dauert, bis wir ein Match finden. Aber naja. Äh. Hi. Wir haben ein Jet6 UU Kampfe gefunden gegen Lukas. Ich weiß nicht. Also ich, ich kenne zumindest Lukas. Das wird wahrscheinlich keiner vor euch Lukas kennen. Aber ja, ich kenne Lukas. Und das war eigentlich wirklich... Wir haben... Ich habe gerade Ladder gesucht. Und ich wollte aber nur Kampf finden. Und dann sehe ich ihn auf der Ladder. Okay, mal gucken. Ich glaube sogar, das ist ein Team von MindYou wie meins. Ah, mal gucken. Mal gucken, wie wir das hier... Wie das wird. Äh. Ach so, save irgendwie Specs. Ah, das war glaube ich sogar Specs hier. Wir lehnen mit... Nape oder Fortress? Ich glaube, wir wollen mit Fortress lehnen. Ich glaube, wir wollen die... die... Aggron. Ich kenne jetzt die Spikes für raus. Wollen wir Spikes oder... Ich glaube, wir wollen Rocks... Ja, wir wollen Rocks. EQ. Mach. Wir legen hier noch ein Layer Spikes und danach Volt switchen wir. Suicune. Auf dem Suicune Volt switchen wir instant. Scold. Macht. Ganz okay, Chip. Wir gehen raus in unser Skepta Omega. Ich würde einfach gerne folgen in den Leaf Storm opfeuern. Ich glaube, wir feuern auch einfach in den Leaf Storm oder in den Gigadrain. Ah, wir Gigadrain den. Aggron. Wie viel nimmt Aggron vom F-Blast. Ich importiere das jetzt hier. Ich würde das Ding hier gewinnen. Bye. Wir gehen aber wieder raus in Forry. Crowbat. Vielleicht defogt der hier einfach? Wenn ja, Volt switchen wir hier. Ja, da kommt der Defog. Wir Volt switchen. Ich würde trotzdem kalken, ob potenziell Skepta den hier einfach umboxt. Das sind ja die ganzen Gen 7 Sets drin. Ja, komm. Wir gehen einfach mal in Crowbird. Ja, komm. Nee, wir gehen in Crowbird. Gehen wir in das Ding. Ah, der hat Black Sludge. Äh, ich kann mir vorstellen, dass er entweder Bravebirdet oder U-turned. Wir gehen, glaube ich, auf beides einfach mal in Stublet raus. Wir gehen, glaube ich, in Mandy Bus raus. Okay, er roostet. Na dann, U-turnen wir hier an der Stelle. Ich kann mir nur vorstellen, dass er selber U-turned. Crowbird ist ein bisschen nervig, aber das kriegen wir auch gehandelt. Bisschen, 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 ja, ein bisschen Chip auf dem Ding. Suicune. Wir können wieder raus. Wir gehen in den Skeptile. Ich glaube, fallen wir jetzt in Leafstorm ab. Wir fallen einfach mal in Leafstorm ab, oder? Ich sehe halt, dass es wieder rausgeht in irgendwas. Wir gehen in Forry. Komm, wir gehen raus in Fortress. Wenn er im Showtech-Cune ist, ist es ein bisschen nervig. Aber ja. Oh, er geht da raus in Krook. Okay. Das ist Bandit-Krook. Kano, wir gehen in mein Karados. Ich will nicht irgendwas fressen von dem. Knock. Huh. Der ist Choice Bandit. Wir gehen raus in... Wir gehen raus in... Wir gehen raus in... Ja, in Skeptile Mega. Und klicken jetzt hier einfach... Wir klicken jetzt hier in Leafstorm. Also... Crowbat. Nimmt halt nichts durch diesen Leafstorm. Wir gehen raus in... Fortress. Ich will... Ich will die Rocks haben. Er U-turned. Okay. Wir kriegen noch ein bisschen Recovery of Fortress. Und Fortress breakt da auch nicht so gut. Wir müssen halt irgendwie dieses Crowbat totbekommen. Und danach macht dann auch Nape relativ viel. Mit CC. Weil... Ja, naja. Oder mit... Eher sogar fast mit Flair Blitz. Wobei... Wir müssen halt entweder das... Da kommt doch eh der Fire Move. Ich kann doch mir nichts erzählen, dass hier kein Fire Move kommt. Jetzt gehen wir raus in Nape. Hyper Voice. Ich weiß nicht, ob der wirklich einfach mit Hyper Voice geht. Äh... Wir gehen einfach raus in Fortress. Wegen unsere Rocks. Als ob der das einfach umboxt. ist... Jetzt müssen wir den Place machen. Der geht hier safe raus. So. Suicune. Jetzt Dragon Pulse geht jetzt hier raus. Entweder geht er in Aggron oder in Sylveon. WF Blasten. WF Blasten. Triff. Natürlich treffe ich nicht. Wäre auch zu gut gewesen. WF Blasten nochmal. Mensch. Hätte ich den F-Plus getroffen, wäre das Ding jetzt hier tot. Ich habe vorhin mit Gigadrain gemacht. Gigadrain killt hier. Das Ding ist tot. Ich weiß nicht, ob der Crit-Kermit hat. Ich hoffe immer nicht. Wir gehen raus in Double Eight. Hyper Voice. Okay. Er will Iron Headen hier. Okay. Q-Un kommt rein. Das ist halt super nervig, dieses Sylveon. Wir Iron Headen hier nochmal. Ich glaube halt, dass er den Double zieht. Warum ziehst du den Double nicht? Okay, dann gehen wir jetzt raus in Skeptile. Jetzt zieht er den Double. Ah. Wie viel macht Skeptile auf Toxicroak mit Dragon Pulse? Nicht genug. Das heißt, wir gehen in Mandy Bus raus. Er drainpuncht hier. Wir defoggen. Wir müssen halt jetzt irgendwas hacken. Was hacken wir hier am ehesten? Die Sylveon pressuret halt jetzt super hart. Wir hacken den. Und ja, wir gehen jetzt in Gyarados. Und klicken hier einmal Waterfall. Und kriegen auf den Ding Chip. Den Chip wollen wir haben. Jetzt gehen wir raus in Skeptile. Es geht Killskeptile ein. Sagen wir mal, es ist full KP. Einfach nur. Ohne Special Death Investment. Machen wir halt mit Leaf Storm machen wir genug. Ja, dann geht er halt wie ein Crowbat rauf. Egal, wir müssen sie Leaf Storm. Jetzt wird halt sehr, sehr wahrscheinlich Crowbat reinkommen. Wäre dieses Crowbat nicht da, dann könnten wir das vielleicht gewinnen. Uh, er jutte. Okay, das heißt vielleicht irgendwie gewinnen wir das noch mit Hex. Wenn dieses Toxicroak reinkommt, dann sneaken wir das. Das ist klar. Croak, der wird uns halt Percy trappen. Aber wir gehen trotzdem Skeptor noch raus. Ja. Jetzt Giga Draymen wir hier. Das Ding ist tot. Ja, Toxicroak lebt halt immer einen Hit. Und tötet uns. Ja, den Drangpult sind wir hier. Also der wird uns halt umbringen. Er hat ein bisschen mehr Chip auf dem Ding gebracht. Also ich glaube zumindest, dass er uns einfach umboxt. Die Pult. Ah, der tötet uns. Ja, der Gangshot Crid. Ich glaube, er hat trotzdem gekillt. Toxicroak. Ich glaube, nicht so. Ich glaube, dass er uns halt ein bisschen mehr hat, es ist ein bisschen mehr aufhör. Da gibt es etwas ein bisschen mehr zu kommen, sair, bis ich mich zu Vielen Dank. 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 Vielen Dank.